so wie sieht es hier eigentlich ab konnte man da gerade den namen der stadt ändern oder kann man den jetzt hier ändern wie nennen wir den denn der erste der den namen reinschreibt wie die stadt heißen soll so benennen wir sie auch bin so sauer okay die beurte zuerst geschrieben so spät haben wir schon genannt es heißt schon so unglaublich viel keckleppen so wir haben jetzt unsere stadt bin so sauer aber die beurte ich wusste die qualität komplett runter regeln also auf vollste qualität konnte ich spielen aber das konnte man denn im stream nicht ertragen oder hat er jetzt video klar oder wie da muss ich gleich mal gucken wenn ich einen kaffee machen so so dann fangen wir jetzt richtig an ihr lieben wir das ist auch alles ne kreisverkehr das ist auch alles nicht so kleine straßen mittlere straßen wir bauen mittlere straßen oder nur kleine straßen hier gerade am anfang seit nichts hier war ja das wasser ist das wasser hier denn immer noch so ja ok ist genau so die aufteilung ok die sollte dann an dem wir machen erstmal strom strom kleines kohlekraftwerk er hat von 100 prozent auf 25 prozent abgebaut mit lebenslust in einem zeitraum von nicht mal vier wochen man muss ihm bei allem helfen und er bekommt das noch nicht mal richtig mit wie alt ist denn dein vater dante ist dein baum im weg ist dein weg ach so das andere ist schlecht so machen wir vier machen wir ne wir machen erst mal eine vier muss auch nicht gleich übertreiben da ist der baum im weg oder was kann man den auch wegreißen den baum ja gut überlappende objekte oh wie war es vorhin so ach jetzt muss ich von dem weiter gehen das ist ja scheiße wahrscheinlich kriegen wir nicht das volle geld zurück dafür ne nur jetzt bitte ja ich kann leider den streck nicht ausgolden außer diabetes ist nichts bekannt ne wenn du schreibst reagiere ich da halt auch nicht auf youtube ne das ist halt immer der youtube hass von dir ne 75 ist er okay das ist glaube ich nichts schlimmeres wenn wenn so familienangehörige irgendwann nichts mehr mitbekommen ne meine tante hat auch der geht es gerade auch nicht so gut seit ein paar wochen und ich weiß auch immer nicht mehr was passiert so gar nicht hab mich ja in den tiefschritten Menschen herabgelassen und dann sowas es ist halt auch doof weil die ganzen schätze alle drei nebeneinander sind das ist richtig kacka noch das ist wohnzonen würde mal hier eine straße nehmen können noch keine anderen straßen aber hier würde ich kleinere das ist eine einbahnstraße dann ne dreispurige einbahnstraße ein Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht so wild aus, hier die Ecke Das auch, das sieht richtig wild aus Macht Spaß, Kira, ja, wieso hast du aufgehört, Kira? Vollstatt, wie das abgeht, ey Gärtner, grüß dich, guten Abend Wild Town Machen wir erstmal hier Was heißt nur, das ist schon Lassen wir erstmal hier Bauen Ja, 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 ja Keine Sorge, Wasser kommt Bei mir war schon der Spaß vorbei, als wir das Game Edmund Ist nicht so meins, glaube ich, das Game Ach, hör doch auf Du musst dich aber ein bisschen drauf einlassen Wie lange hast du das Spiel, zwei Minuten? Strom haben wir Halbe Stunde Halbe Stunde, oh, das ist gar nicht meins Bei Edmund wäre ich auch abgehauen Mann, ey, will das auch spielen Ja, dann hol dir morgen schnell einen Gaming-PC Wasser Nee, Teebeutel, ich kann dich da absolut verstehen Das ist Mist Ich fühle mit dir Das war dumm Warte Warte Dann hast du ja nicht so viel bezahlt Game Pass, das ist Nicht so gern Gesehen gerade hier Oder gehört Von einigen Kann ich nachvollziehen Okay, er hat eine Verbindung dort Warum auch nicht gleich auf die Kacke hauen und zwei bauen, ne? Wir sind gleich pleite, ne? Das ist dir schon mal bewusst Auf jeden Fall So, hier brauchen wir noch Abwasser Hatte Ah, okay Mega gut, ja geil Macht auch immer Bock Grounded Hab's bei dir gesehen Wieder voll Bock drauf gehabt Den Teich hab ich fertig Wenn du keine Kohle mehr hast Kommt Vatersrat und rettet dich Du bist quasi eine Bank Ja, super Ja, optimal Ist ja nicht so, als hätte ich da schon 400 Stunden versenkt In Grounded? Ernsthaft? Läuft, oder? Läuft gerade hier So Ach, hört auf Industrie Die Straßen sehen teilweise so verrückt aus Ne, das ist doof Okay, warte Okay, warte Warte Komplexe Kurven Hey, Rupi Wüsste ich Genau so, Lilly Genau so und nicht anders Ähm Ne, ne Ist schon vollkommen richtig so Hatte schon richtig gesagt Was ist das hier? Landschaftsbau Die Faxen lasse ich erstmal Wohnanfrage nach Geringer Dichte Oha, lass mal angucken Die Buden hier, wa? Zeig mal her Hier, eure Botzen Das in hoher Grafik Würde mich interessieren Der Zahn Was ist mit dem Zahn los? Das ist ja so das Neuburggebiet Quasi dann, ne Kannst du sagen Wie viele Einfälle haben wir denn? Drei Jawoll Du bist immer gering dicht, Flo Ja, das ist es ja, ne Das ist ja das Problem Mann Ich hab noch nicht Einzug von mein Energy genommen Ich hab noch nicht mal geöffnet Der schmeckt ja gar nicht so gut Vier Vier Äh, fünf Kannst du noch nicht die größeren Häuser bauen? Was ist da los? Ey, wie geht doch, bis ich hier angefangen habe Dann gab es Probleme mit dem Spiel Dann gab es Probleme mit YouTube Ja, YouTube Ja, YouTube, ey Überlebt Überlebt Oh, ich komm nicht mehr raus aus der Ecke Scheiße Hat er die Einwandstraße so bodenlos Hat mir jemand gesagt Oh, ich kann die schon bauen Ich hab ja das Tutorial auch zu Ende gemacht Und da hab ich die Welt neu angefangen Weil ich wollte nicht bei der Tutorial Welt weitermachen Äh, voll gut Was ist das hier? Das ist eine Gasse Eine enge, zweispiegelte Straße ohne Burgersteig Die in beiden Richtungen befahrbar ist Damit kann man den kompletten Verkehr ausdrübbeln Ja, ich dachte so, ne Du fährst ihn hierin Und hast hier einfach, äh Hier Einwandstraße fährst du so in Christ, ne Ist natürlich blöd, wenn du hier vorne wohnst Und du musst dich hier rumeiern Das war nicht mein Problem, ne Wir haben schon 13 Einwohner Nass Oha Ich werde mich so heftig verzetteln hier Ähm Ne, warte mal Oha Belohnung, was? Oha Fortschrittsmenü Ach, du grüne Leute 14 14 Ja, was anderes sagt Ist im Leben vorbeigelaufen Ich würde ja einen politischen Spruch rausholen Aber ich meine nichts Uiuiui Kann man hier Sehen, was das für eine Straße ist Zeig dir das an, wenn man auf die Straße klickt Zeig dir mal Hallo Er hat es doch gerade eben gemacht Ach, scheiße Zweispurig, ne So So Gehen weg, tschö Tschö Eingehauen Gehst du auch, Kira? Oder war das jetzt? Ne Hast du schon aufgehört, Kira? Bist du nicht mehr live? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal so ein bisschen hier mit Ich weiß auch nicht Ich habe irgendwie das Gefühl, ich fange gerade ganz blöd an Ne, warte, pass auf Plan Eine fünfspurige Einbahnstraße Kann ich? Ja, bin doch schon ein paar Stunden gewesen Hatte Hunger Was ist das für eine Panne-Frage? Mann, Mann, Mann Nö, das ist gar nicht so Panne Ich habe schon ganz oft hier welche drin Die sind live und schreiben Ja, sieht doof aus Mach nochmal neu Oder auch nicht Was gibt es denn eigentlich zu essen? Wann kriege ich denn den? Okay Nee, den hier Das sind mir einfach viel zu viele Zahlen hier Wow, oha Ist Achterbahn hier oder was? Rollercoaster Toast und Donuts Oha Siehst du, den Donut hole ich mir auch gleich Mehrspurige Kreisverkehr Das ist ein Konzept aus der Hölle Ja, hatte ich letztes Mal auch Gehabt, wo ich wo war Der soll sich mal wieder kurz beruhigen hier Ich weiß, das sieht gerade sehr wild aus Ich weiß noch nicht, was ich hier mache Ich weiß noch nicht, was ich hier mache Was machst du denn da, der Mensch Blocksystem, das ist geil Ich will halt auch nicht diese Kacke machen hier mit überall gerade machen Eigentlich bin ich so, dass ich sowas mache Aber da habe ich gar keinen Bock drauf Okay Es gibt noch ein bisschen Nachfrage nach geringer Dichte Machen wir die da und da hin Eine zweispurige Eine zweispurige Da hin Feng Shui aus Das ist wirklich Ich habe es mir vorgenommen Keine Scheiße hier zu machen Mit so einem Rasterdings Weißt du Klar, das ist jetzt so ein Rasterding Reihe an Reihe wie in der Großstadt Alles muss funktionieren Machen wir so einen So einen Kleinen Gehweg zum Wasser Das feiern die Bewohner Welcher Monster ist das? Monster Nitro Schmeckt irgendwie ein bisschen nach Smirnoff Mag auch keine Rastas Oha, da hat sich ein bisschen was getan Uiuiuiui Das machen wir gleich Moment Ihr mittlere Dichte Wie sieht das eigentlich aus Mit Strom My sister Got more funk In his pinky Hmm But I told you That ain't funk That's classical Yes, indeed That must be most Ich kann nicht spielen von ist Das Warm Ich kannido Was Key Ich kannь Ich kann schon detective Ich kann das